Der Feldkirchner Hof in Feldkirchen bei Graz. Hier vereinen sich Tradition, Luxus, Stil und der typisch steirische Charme mit Komfort und Genuss. Denn völlig zu Recht wurde der Feldkirchner Hof zu guten steirischen Gaststätten geadelt. Im Sommer steht eine große, gemütliche und idyllische Terrasse für die Gäste zur Verfügung. Der Feldkirchner Hof ist der perfekte Ansprechpartner, wenn es um ihre Geburtstagsfeier, Betriebs- oder Familienfeier geht. Der geräumige Festsaal bietet ebenso Platz für Hochzeiten oder Tanzabende. Alle Gedecke werden speziell nach Ihren Wünschen gefertigt. Hier fühlen Sie sich wie zu Hause. Und sollte eine Feier mal etwas länger dauern, stehen gemütliche Gästezimmer mit Dusche und WC zur Verfügung. Natürlich darf im Zimmer auch ein Flachbildfernseher nicht fehlen. Und am nächsten Morgen erwartet den Gästen ein umfangreiches Frühstücksbuffet. In der Küche werden neben regionalen und internationalen Spezialitäten auch Sonderwünsche der Gäste erfüllt. Als Zutaten werden hauptsächlich Produkte aus der Region verwendet. Auch im Stüberl finden etwa 30 Personen Platz, die hier täglich aus einem der köstlichen Tagesmenüs wählen können. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Samstag von 8.30 bis 23.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8.30 bis 15.00 Uhr. Das Team des Feldkirchenhofs freut sich darauf, auch Sie bewirten zu dürfen.